Ah, hey, hab ich was übersehen? Schön, dass die Tür zugeht, dann kann man's nicht sehen. Nochmal bitte. Ganz recht. Ich darf's jetzt nicht nochmal falsch machen, sonst müssen wir die Stenny tausendmal sehen. Also nochmal. Eins, zwei, drei, vier Beams rechts. Drei Beams links. Crouchen. Rechts. So rechts, links, rechts, Mitte. Rechts, links, rechts, Mitte. Okay, der Control Grid. So, wahrscheinlich müssen wir in die Mitte. Trotzdem, ganz kurz mal außen schauen. Gibt's da irgendwas? Re-Alignment. Hier ist dieses Re-Alignment. Room, Center, was auch immer. Da müssen wir... Oh, shit. Oh, Gott. There's one of those access-level devices in here. No! I can't believe this machine is also a hexagon level. Oh, thank God. There's one of those access-level devices. How does this thing work now? How do they make this process so damn complex? And why does this machine provide access to all levels? I only need hexagon. W-W-Was? It looks like I don't have all the info to figure this thing out yet. Hm, nee, irgendwie nicht. Und da brauchen wir doch einen hexagon, ne? Ja. Aber wann willst du das wissen? Danke. Hätte ich sonst vielleicht auch gemacht? Dann... Lass mal sehen. Könnte ich das irgendwie resetten? Ah. Mhm. Mhm. Was? Oh, Gott. Oh, wait. Hey. Ist das Foto gespiegelt? Also das geht da runter. Dann das geht da runter. Hä? Wait a sec. So links. Oben nach unten. Ich weiss es bringt nichts, ich habe ja ein Foto. Ja. Es ist gespiegelt. Also nicht gespiegelt, aber gespiegelt. Er weiss schon, was ich meine. Ja. 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 Juridisch sind das ja alle gelben Kabel. Nee, eben nicht. Warte. Ja. 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 Vierreihe hier, die zwei in der Mitte und dann unten links. Das ist schon wieder so ein Rätsel, das ich nicht verstehe. I'm sorry. Ich muss Track halten. Natürlich rechts oben und unten, dann die zwei in der Mitte, die Vierreihe und dann links unten. Eine Vierreihe und links unten. Hier ist es. Hier ist es. Hier ist es. Links unten. Links unten habe ich ja. Sorry, ich check das Rätsel wirklich nicht. Es tut mir leid, ich muss wirklich nochmals nachschauen, wie dieses Rätsel geht. Ich check es nicht, sorry. Es geht gleich weiter, keine Angst. Hier ist es. 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 Hier ist die ganze Zeit. Hier ist es. Hier ist die Zeit, die Film an zu erzählen. Und seitdem wir wissen, dass er seine Technologie für den Jingle hat, müssen wir es nutzen, um es aus dem Trevors-Head zu holen. Was? Die Jingle zu entfernen? Du bist verrückt? Das Plan ist wie ein 100-1-Shot, um es zu sagen. Wir wissen nichts über den Jingle. Das ist deshalb, dass du in der Realignment musst und so viel Informationen wie du kannst. Aber nur nachdem du... Nr. 4, ich hab gesagt, dass du zuhörst, verdammt! Stopp den Auto, und... Act casual, wenn der Autor kommt. Kopex, bitte, vertraue mich. Bring Trevor in Old Arcadia. Wir sind auf dich. Hier ist er! Oh, endlich! Nein, 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 Trevor, nicht das! Nicht das? Das war das! Die Schrauben wurden verletzt, also ich habe ihn mit ihm gefunden, um ein Audio-File aus meinem Telefon zu spielen. Mhm. Und guckst, welche Song war die erste in meinen vergangenen Filen? Don't be a fool. Don't be a fool! Ange... Kovacs? Ist das du? You just need a Jingle's name to a brand-new start! Okay. Und... 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 How do I get a brand-new start? Und... Und... Ich glaube, ich glaube, ich werde nicht weiterführen, indem ich nur die Verses von dieser Stupide Song benutze. Das war doch sicher. Doch sicher. Ich versuche das doch schon. das muss man timen muss man das muss man auch zuerst wissen das muss man noch anders timen oh man wahrscheinlich werden die lampe angeht wieso schall ich denn die gleiche lampe noch mal das war jetzt ein bug ich bin so schlecht er hat geklappt ja woher sollst du das auch wissen du hast in deiner eigenen welt gelebt und jetzt erfährst du ganz viel neues was du vorhin noch nie gesehen oder gehört hast ich schätze mal eher nicht und ich hoffe es eher nicht vor allem möchte diese miss walton der ganzen welt klar machen dass american arcadia halt wirklich in der letzte der show ist und alles gut nach plan läuft und niemandem was passieren wird und niemandem was passiert ist aber es ist nicht erforder kovaks if you can hear me this place is full of drones you better do something kovaks